Wie viele Menschen kommen eigentlich zurück nach Deutschland, nachdem sie eine Wiedereinreisesperre hatten? Es sind aber Tausende, wie jetzt durch eine Anfrage eines AfD-Politikers im Bundestag rausgekommen ist. Wir gucken uns die aktuelle Situation an. Moin zusammen, ich bin Olli, los geht's. Und wir sehen das hier, links im Bild, ist der Matthias Helferich zu sehen. Der sollte dem einen oder anderen bekannt sein, ist nicht mehr Teil der AfD-Fraktion, ist aber AfD-Bundestagsabgeordneter in der aktuellen Periode noch. Und wir sehen das hier, aber Tausende Ausländer, trotz Wiedereinreisesperre, erneut in Deutschland. Und das mag man sich mal vorstellen. Wir wissen ja, wie schleppend, um es mal ganz nett auszudrücken, die Rückführungen in Deutschland passieren, dass eben dort ziemlich, ja, ich glaube, noch ein bisschen Ausbaupotenzial besteht. Denn das sehen wir wiederum in einem anderen JF-Artikel. So viele Abschiebungen scheitern, hieß es hier vor ein paar Tagen erst, zwischen Januar und September. Also nur für diesen Zeitraum, diese neun Monate des Jahres 2024, sind etwa 61% aller geplanten Abschiebungen in Deutschland gescheitert. Von mehr als 38.000 geplanten scheiterten demnach fast 24.000. Und das mag man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt schon eine beachtliche Zahl, wenn man sich das mal überlegt, dass man hier eine Erfolgsquote offensichtlich nur von 39% vorweisen kann. Und dass unser Kanzler ja auch von großem Stil gesprochen hat, das ist offensichtlich nicht zu sehen. Das ist definitiv nicht zu sehen, wenn man davon ausgeht, dass die Zahl von 38.000 ja auch nur eine sehr, sehr geringe ist im Verhältnis dazu, wie viele Menschen nicht mehr aufenthaltsberechtigt in Deutschland eben sind. Zurück zu kommen zu der Situation, die der Herr Helferich jetzt hier angefragt hat. Nochmal, der eine oder andere wird ihn kennen. Ich hatte ja ein Video über ihn auch gemacht. Ja, er stand wirklich so verkleidet als Tallahon oder Honk, sagen manche, im Bundestag und hat eine Rede gehalten. Und das sehen wir hier nochmal. Millionenfache Remigration, Ex-AfD-Politiker, Helferich hält Rede als Tallahon. Aber das stimmt nicht. Der ist noch in der AfD. Es läuft, glaube ich, gerade das Ausschlussverfahren gegen ihn. Ich bin nicht genauso involviert, wie da der aktuelle Stand ist. Nichtsdestotrotz, die Ausgangssituation ist ja eben diese hier. Dann heißt es nämlich, der Jungen Freiheit liegt die Antwort vor, die nämlich hier bezüglich der Wiedereinreisesperre, so heißt es ganz genau, wie oft die quasi gebrochen wurde von wie vielen Kandidaten. Die Antwort liegt der JF vor, die Zahlen machen fassungslos. Die Bundesregierung frisiert die Zahlen, heißt es hier sogar. Jetzt wird es richtig krass. Haltet euch fest. Wer aus Deutschland abgeschoben wird, in diesem Jahr bisher 14.718 Menschen, wird mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Ist ja auch logisch, weil kann ja nicht sein, dass wenn du dir hier dein Aufenthaltsrecht nicht gewilligt bekommen hast oder dich nicht benommen hast, 1.000 Euro Handgeld und zurück, dass du dann wiederum eine Sperre bekommst und die hintergehst. Stellt euch das mal vor. Das ist ja Wahnsinn. Sie soll verhindern, dass die Person ohne Erlaubnis erneut nach Deutschland einreist. In der Praxis erweist sich das allerdings als wenig effektiv, denn in den ersten neun Monaten erfassten die Behörden mindestens 4.600, ich grunde jetzt mal, die trotz Sperre wieder in Deutschland auftauchten. 4.600 von 14.718. Leute, das sind Zahlen, das sind Quoten. Also sehen wir doch einfach, dass die Strategie, die die Ampel an den Tag gelegt hat über die letzte Zeit, vollständig nicht funktioniert. Sie ist komplett hinfällig, um es so zu sagen. Dies gab die Bundesregierung auf einer Anfrage des AfD-Abgeordneten Matthias Helferich bekannt, heißt es. Dabei wirkt das Wort mindestens gleich doppelt. Und das darf man nicht überlesen. Einerseits handelt es sich lediglich um Bekannte wieder einreisen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wie hoch ist die Dunkelziffer? Die kommen doch, also teilweise gibt es das ja, dass man es ja auch mittlerweile weiß. Die haben mehrere Identitäten, sprich verschiedene Namen, Geburtsdaten und ähnliches. Und gehen dann auch wieder zum Amt und holen sich die Vollversorgung. Das ist halt eine Unverschämtheit, wenn man sich das einfach mal gegenüber der Steuerzahlenden Bevölkerung vergleicht. Eine Dunkelziffer gab die Bundesregierung in ihrer Antwort in Helferich nicht an. Das ist schon interessant, weil das könnte man ja bestimmt auch statistisch erheben, muss man doch klipp und klar dazu sagen. Aber vielleicht möchte man es nicht. Und jetzt kommt es nämlich noch viel, viel krasser mit bezüglich der Zitat frisierten Zahlen. Gerne, gelöschte Daten verhindern vollständige Erfassung. Ihr habt euch nicht verhört, Leute. Denn es geht hier folgendes Detail. Einreise- und Aufenthaltsverbote werden mit Ablauf der Sperrfrist zur Einreise oder bei Aufhebung durch die zuständige Ausländerbehörde aus dem Ausländerzentralregister gelöscht. Personen, die im Laufe des Jahres zwar während einer Sperrfrist erneut eingereist sind, bei denen die Sperrfrist aber vor dem Auswertungsstichtag abgelaufen ist, können nicht mehr rückwirkend ermittelt werden. Leute, da komme ich ins Bärbocken vor absolutem Wahnsinn hier. Wenn man sich das einfach mal überlegt, sieht man ja, dass das hier absolut inkompetent ist. Das ist doch nicht stringent. Hier wird doch nicht klar vorgegangen mit einer klaren Vorgehensweise, dass man eben solche Sachen unterbindet. Im Gegenteil. Die Daten sind also unvollständig, weil sie gelöscht werden. Somit kann die Bundesregierung das Ausmaß der illegalen Wiedereinreisen nicht statistisch widerspiegeln. Von den 4.614 Kandidaten, die trotz Sperre wieder einreisten, heißt es, im Übrigen ein Drittel aller Abgeschobenen, bei den 14.718 waren es, kommt jeder Zehnte aus Afghanistan. Die Zahlen gucken wir uns auch mal ganz genau an. Wir sehen das ja hier. 443 Afghanistan, Moldau 431, Syrien 385, Serbien 304, Nordmazedonien 277, Algerien 266, Türkei, Georgien, Albanien und Bosnien-Herzegowina. Und das ist ja auch schon interessant, wenn man sich die verschiedenen Länder durchliest. Sind das Länder, in denen allen ausschließlich gerade Krieg herrscht und die Leute haben alle eine Berechtigung? Nein, offensichtlich nicht. Denn ansonsten würden sie ja noch nicht wieder zurückgeschickt. 14.718 an der Zahl. Hey Leute, so wie hier aktuell vorgegangen wird, kann es nicht weitergehen. Das sieht man ja offensichtlich, dass dieses System vollständig inkompetent ist, von unserer Regierung inkompetent. Umgesetzt und dass dann auch noch Zahlen gelöscht werden, wie als Bürger. Und wenn man seine Steuererklärung macht und auch Unternehmer, der ich bin, musste ich meine Unterlagen hier 10 Jahre aufbewahren. Das Gesetz soll ja jetzt hier ein bisschen gelockert werden, soll auf 8 Jahre gesenkt werden. Bravo! So, was ist hier mit der Situation? Der Helferich sagt hierzu, Zitat, Jede Law-and-Order-Rhetorik der Etablierten wird zur Farce, kommentiert er mit Blick auf die beinahe 5000 abgeschobenen Fremden, die trotz Einzelreisesperre wieder eingereist sind. Er verwies auf die polizeiliche Erkenntnisse im Umgang mit Clankriminellen aus seinem Bundesland. Er kommt nämlich, wie ich, aus NRW, hat den Wahlkreis in Nord-Dortmund, müsste es sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auf jeden Fall Dortmund. Und gerade Dortmund ist ein gefährliches Pflaster geworden, definitiv. Das ist schon nicht mehr schön. Und NRW generell ist ja schwierig hier. Also gerade was wir für Kriminalität hier mittlerweile haben. Ich habe gerade noch die Nachricht darüber gelesen, dass wir vor ein, zwei Tagen wieder einmal eine Explosion in Köln hatten. Und das am helllichten Tag. Das hatten wir jetzt in den letzten Wochen häufiger. Explosion vor Einfamilienhaus in Köln. Seit Monaten kommt es zu Explosionen in Köln und Umgebung. Ja, Umgebung ist jetzt relativ nett gesagt, denn wir haben das eigentlich NRW weit mittlerweile. In der Nacht gab es erneut einen solchen Vorfall. Diesmal im Stadtteil Mechelnich. Dabei wurde eine 53-Jährige leicht verletzt. Gute Besserung natürlich an diese Stelle an die Dame. Bewertet ihr das mal gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.